So, gerade kam eine Ansage, dass der Zug gleich abfahren wird und auf Gleis 3, weil er ist auch gleich auf Gleis 3 eingefahren, jetzt fährt, jetzt ist er immer auf dem Gleis hier eingefahren, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Warum auch immer, weiß ich auch nicht, aber naja klar, wenn er da einfährt, dann fährt er auch da weg, sonst geht das ja nicht anders. So, gerade kam noch eine Ansage, er fährt gleich ab. So, gleich fährt er wieder ab, der Talent und bis gleich.